Jetzt wird's romantisch. Skandal und Vorurteil. Ein Georgie Darcy Roman. Das ist eine moderne Nacherzählung des Stolz- und Vorurteil-Romans von Jane Austen. Und es geht um Georgie Darcy, die eine eigene Geschichte bekommt und eine eigene Stimme bekommt. Es geht nämlich in diesem Buch um Georgie, die im letzten Sommer dummerweise Wickham aufgelauert ist oder aufgeflogen ist, mehr oder weniger. Denn der hat sie benutzt. In ihrem Zimmer hat er Drogen gedealt. Und sie wäre beinahe von der Schule geflogen. Nur ihr großer Bruder Fitz, ihm ist es zu verdanken, dass sie nach wie vor an der Pemberley Akademie studieren darf und bleiben darf. Allerdings hat er ihr unglaublich viele Auflagen gegeben. Und Georgie fällt es sehr, sehr schwer, genau diesem Standard gerecht zu werden. Und sie hat große Probleme, all das unter einen Hut zu kriegen. Der Einzige, der ihr eigentlich zur Seite steht, ist Avery. Avery ist eigentlich ihr bester Freund aus Kindertagen. Und jetzt wird er zu einem immer größeren Teil ihres Lebens. Und wie sich diese Geschichte weiterentwickelt, das müsst ihr dann selber lesen. Lasst euch verzaubern.